Sankt Paulis Zweite gegen den Favoriten mit ordentlich Personalsorgen im Gepäck. Unter der Woche verletzte sich Innenverteidiger Hugo Teixeira schwer am Meniskus. Auch Serkan Dosun ist ja noch länger raus und das alles vor dem Duell mit einer der Topmannschaften der Liga. Weiche Flensburg mit 19 Punkten aus 9 Spielen. Immerhin, die Profis ja in der Länderspielpause, deswegen konnte Chefcoach Joachim Filipkowski auf Janis Wiekow, Sören Ahlers und Lars Ritzker zurückgreifen. Und der Start von Sankt Pauli in Braun-Weiß war jetzt auch nicht so verkehrt. Erste Minute, Lubongo, schönes Zuspiel, auch Plautz, der ist durch und dann legt er ihn lässig mit dem Außenriss vorbei, 1-0. Perfekter Start der Hausherren in dieser Begegnung. Und Justin Plautz bleibt ganz cool vor Florian Kirschke. Drittes Saisontor für den etatmäßigen Linksverteidiger. Und dieser Auftakt in die Partie gab Braun-Weiß viel Selbstbewusstsein. Ball lief recht ansehnlich. Niklas Natsch mit einer ganz feinen Annahme beim Abschluss. Fehlt dann ein bisschen was. Flensburg brauchte eine Weile, um in die Partie zu kommen. Erster gefährlicher Abschluss erst nach 20 Minuten. Syren Ahlers muss letztendlich nicht mehr eingreifen. Die gefährlichere, weil zielstrebigere Mannschaft aber nach wie vor die Kiezkicker, das ist Lubongo. Der Vorbereiter des 1-0 bringt sich in eine gute Abschlussposition. Der Schuss ist dann eher harmlos. Halbe Stunde gespielt. In Norderstedts Ecke Flensburg einmal gut verlängert. Und am zweiten Pfosten Kramer völlig blank. Ausgleich. Schon gut gemacht von Christopher Kramer. Ganz starke Ballannahme. Satter Schuss. Aber natürlich im 5-Meter-Raum auch mit viel zu viel Platz. Und dann lässt er sich nicht zweimal bitten. Und mit dem Tor die Flensburger jetzt mit etwas mehr Zugriff. Und mit dieser Kontergelegenheit wieder ist es Christopher Kramer mit viel Wucht. Aber diesmal ohne die nötige Präzision. 1 zu 1 das Pausenergebnis. Wir springen in Hälfte 2. Flensburg also jetzt von rechts nach links. Und mit der ersten Chance für Zorge Pätho. Der Winkel ist sehr spitz. Wieder der Ball ans Außennetz. Aber die Gäste kamen besser aus der Kabine. Nur wenige Momente später die nächste Gelegenheit. Es ist Hartmann. Dominik Hartmann und Sören Ahlers ohne Problem. Stunde gespielt. Wir sehen links im Bild. Janis Wieckhoff hält sich das Knie. Das Ganze ohne erkennbare Gegnereinwirkung. Für die Profi-Leihgabe ging es nicht weiter. Wir drücken die Daumen, dass es keine schlimmere Verletzung ist. Nur wenige Momente später dann auch mal wieder St. Pauli mit einem offensiven Lebenszeichen. Lubongo gerät ein bisschen ins Straucheln und kommt deshalb nicht vorbei an Florian Kirschke. St. Pauli! St. Pauli! St. Pauli! St. Pauli! Gut 70 Minuten rum im Edmund-Planbeck-Stadion in Norderstedt. Und aufgepasst. Knifflige Szene. Berkay Dogan bekommt den Ball an den angelegten Armen. Schiri Konrad Oltar versagt kein Strafstoß. Weiterspielen. Aber Dominik Hartmann regt sich tierisch auf, kassiert gelb und verhindert dadurch einen 3 gegen 1 Konter von St. Pauli. Das wiederum beim braun-weißen Anhang für Unmut und für eine weitere gelbe Karte sorgt. Beide Mannschaften also höchst unzufrieden. Nach dieser Situation ging in der Folge weiter auf den Siegtreffer. Abschluss von Cornels ist relativ ungefährlich. Aber Sören Ahlers sofort wieder mit dem Kopf oben schaut, wen kann ich anspielen. Und findet Jakob Bednacic. Schlau weitergeleitet mit dem Kopf und auf einmal Platz für Luis Cordes. Er zieht nach innen, kann abspielen, aber er macht selber und wie. Erst wenige Momente zuvor eingewechselt mit seiner allerersten Aktion. Haut er so ein Ding raus, wird ihm extrem gut tun. Spielt bei den Profis von Timo Schulz derzeit keine Rolle. Aber Beweis, dass er Qualitäten hat, nicht nur was den Torjubel angeht. Es war der Lucky Punch in dieser Begegnung. Malte Petersen mit seiner Analyse. Das Spiel lief für uns insgesamt. Haben wir kein sehr gutes Spiel gemacht. Wir wussten, dass wir spielerisch wahrscheinlich Probleme bekommen werden. Dass junge Nachwuchsmannschaften immer sehr, sehr gut spielerisch sind. Das wollten wir dann kämpferisch und durch unsere Standards ausbessern. Eigentlich sind wir schon Favorit in diesem Spiel. Haben aber dann schwer Zugriff und gerade im Zentrum bekommen. Die erste Halbzeit war nicht so gut von uns, auch wenn wir dann den Ausgleich noch schaffen. In der zweiten Halbzeit, wo wir gerade besser reingekommen sind, haben dann taktisch auch umgestellt. Haben leider einen Konter kassiert. Wir hatten dann wieder die Chance, noch durch Standards uns reinzukämpfen. Das gelingt uns meistens heute leider nicht. Und dann verlieren wir leider auch mal. St. Pauli schlägt den Favoriten. Der Endstand 2 zu 1.